Ich glaube, hier war mal einer. So, kümmere dich mal um die hier. Hmm. Das ist ja merkwürdig. Was ist denn da hinten? Tiefensturzhülle. Da bleibt ihr also stehen, ja? Okay, ich werde jetzt mal dahinter gehen. Für diese komischen Höhle. Wenn die hier stehen bleibt, dann hat das seinen Grund. Dann heißt es, da hat mich auch drauf hingewiesen, dass wir da eventuell reingehen könnten. Vielleicht hat das ja was damit zu tun. Gut. Wollen wir mal schauen. Ähm, da lang. Juck. Ja, gerade das Ohrenbitte. Juck. Juck. Meine Güter. Ähm. Was ist die denn? Ähm. Gute Frage. Da, Alter. Ähm. Ja. Nun, ich nehme nicht jeden mit in die geheimen Bereiche des Wortes, in dem ich aufgewachsen bin. Werdet diesen Eindringling los und wir können uns auf den Weg machen. Ich warte an der Anlegestelle auf euch. Welchen Eindringling? Die redet immer von dem gleichen Schwachchen, aber... Hm. Ähm. Ähm. Mordenpriester-Sitzen benötigt zwei weitere. Ja. Äh. Ja, habe ich. Wenn ich bloß wüsste, wo, wenn du meinst, diesen Eindringling. Äh. Gibt es denn ein Eindringling, oder wie? Meint die, jetzt die Höhle? Unsere Tiefenseehöhle entdeckt. Wo? Ich sehe, ich gehe in das. Oh. So, okay. Zeig mir, was ihr könnt. Okay. Also, wollen wir mal hier runtergehen? Ich werde erstmal speichern. Und abwarten. Also, ja, es ist ein bisschen merkwürdig. Ein Eindringlinger. So. Ach, da ist auch mal einer. Ein Eiswolf. Hm. Ist das eine Art Gornetto-Hund, oder wie? Gut, hier ist ein Nücht weiter. Was ist denn hier? Hallo? Ähm. Hier ist Licht. Da ist irgendwie so eine Öffnung. Ähm. Dann gehe ich mal wieder hier raus. Also, hier ist nichts. Gut, dann lasst uns mal wieder raus. Speichern und weitergehen. Ähm. Die Höhle war wohl nichts und hat es bedeckt. Und lasst uns mal überraschen. Eindringlinger. Ich bin soweit, wenn ihr es seid. So. Nun, ich nehme nicht jeden mit in den geheimen Bereichen des Ortes, an dem ich aufgewachsen bin. Werdet diesen Eindringling los und wir können uns auf den Weg machen. Ich warte an der Anlegestelle auf euch. Wo ist denn die Anlegestelle? Bist du freundlich? Bist du freundlich? Hm. Ich weiß, hier muss es irgendwo eine Anlegestelle geben. so ja komm mal gut wer hat denn hier die feuerkraft keine feuer drauf so es ist noch nicht vorbei genau das sagte ich auch immer ich weiß immer noch nicht welchen eindringen die meint seit 20 minuten tümpel ich hier rum und ich habe keine ahnung von wem gespricht wer kommt denn da jetzt auf einmal mit junge Vampir Serena ich bin so weit wenn ihr es seid ok ich warte an der Anlegestelle auf euch ich speichere jetzt mal speichern o Untertitelung des ZDF, 2020